Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte hier in Thüringen. Wir machen gerade den Testlauf für den Überführungskurs. Für Dünger, Kalk, Rundkopf, Ernährungsmittel und Saatgut. Wir sind Pkw eingefahren. Den Steller hat es mit dem Traktor einfach Pkw gekauft. Dann können wir flexibler reagieren auf irgendwohin fahren. Jetzt fahren wir gleich in die Garage rein. Da fahren wir in die Garage rein. Wo die Tore auch sind. Jetzt gehen wir bei und machen Platz. Warum fährt er Zug jetzt? Das muss ich nicht wissen, ne? Jetzt müssen wir überladen. Die Anhänger hier wechseln. Platz schaffen. In die Garage rein. Das ist gehört. Bums. 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 Oh nein. Oh Gott, bitte. Das umräumen, umbauen, hat doch ein bisschen geschlaft. Ja, da sind wir alle. Ein bisschen reicht noch. Beide Bahnen, dessen geht noch. Ich hab wieder vergessen Brücken. Wieder mal. Grüße. Das ist freigeräumt. Mal schauen, ob man den Weg stellt. Und wo wir speziell Flughause träumen. Das ist der keepritten. Ja, sicher. Wir müssen noch eine hoge vorliegen. Ich weiß nicht, dass wir hier eine hoge vorliegen haben. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Ja, wo stehe ich die Tügel wieder hin? Keine Ideal, so ne Döpffasshalle. Er ist nur oben. Bei der Wiese. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Die ist überleckig. Sauber ist er. Apparatur. Ja. Sauber Zeit. Jetzt müssen wir so einen Punkt aufbauen, und wir danach sprechen. Ob er überhaupt tanken kann. Deswegen ist er freigeschaffen. Tankkönne und. Dann stehe ich mal hier oben hin. Dann stehe ich mal hin. Dann stehe ich mal hin. Dann stehe ich mal hin. Jetzt kommt der. Flurian. Müssen alle in der Garage reinfahren. Weil der Helfer für Großbläder doch nicht klarkommt. Dann warten. Dann warten. Dann warten wir es. Dann auch ein Steil. Dann haben wir ein Steil ein bisschen. Dann haben wir ein Steil. Dann haben wir ein Steil. Dann haben wir ein Steil. So, Platz geschaffen. Dann werden wir ein bisschen Holz machen, oder wollen wir den Holz verkaufen? Wir verkaufen. Wir verkaufen ein bisschen Weizen. Holz hatten wir letzte Woche gemacht. Jetzt kommt eine Zeit nachher, wo wir nichts machen können, wenn es nachher wächst. Dann können wir die Zeit auf die Schumpf. Nein, wir machen die Seite mal fertig. Äh, eher einen Sojaboden nicht. Weizen, da haben wir schon recht viel. Dann werden wir mal einen Kurs einfahren. Und zwar, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Der kann das Not reinfahren. Vieh Handel. Ja. 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 Schauen wir mal. Das klappt hier. Die Kurs wird schon mal. Ja. Dann können wir mal so schön fahren. ich würde mich mal etwas heller machen das heißt ich werde gleich wieder korrigieren es ist auch so dunkel aber da ist es in jedem Fall Wir fahren weiter, wir fahren weiter, 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 auch sei, wir können aber in 5.0 gucken, wo wir hinfahren wollen. ich bin für ein weißt ich kann nicht nur die Klingel fahren ich werde die Klingel nehmen und ich werde die Klingel nehmen 6.2 Uhr Da kann ich das wegnehmen. Das ist ja jeden guten Widerstand jetzt. Ich muss noch mal in fahren. Eben drin ist ein bisschen besser. Weil wir hier wollen. Jups. Das ist ein Abteil. Das ist ein Abteil. Das ist ein Abteil. Ich muss den Verkehr ausschalten. Ich gucke, der mir alleine fährt. Weil die kennen ja nix. Die fahren ja immer aus. Der Kurs trägt halt auf Spur seinem Kurs ab. Das ist mein Dix ist die Atelier. Mein Ei trennt mich nicht deaktiviert. Nur bei Eiern. Ich werde gerammt. So, jetzt können wir mit dem Außen fahren. Und wir sehen, ob es hier geht. Das ist ein Abteil. 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 Ein Abteil ist ein Abteil. Der fährt sich auch. Ich bin der Pücher-Bücher. Oder ich muss den Bad rausnehmen. Und wir lassen ihn. Und wir lassen ihn. Und wir lassen ihn. Von einem Axel mehr ab. Wir haben vier Flecks. Ja, hier geht's, hier geht's nicht weiter, so, da ist der, da haben wir noch gefehlt, da schieben wir noch dabei, da geht die gut. Ich kann da auch nicht weiter. So, das soll's für die heutige Folge gewesen sein, ich probiere mal rauszukommen, ob das euch gefallen. Würde mich freuen, ihr meint ein Like, sag mal Danke. Ihr seid noch küsse in diesem Video, tschüss deine, tschau.